Läuft das ja aus Erfahrung, ich habe ja früher viel in Wien gemacht, ist man ja schnell beim Du. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es in Wien schneller ist. Zumindest, vielleicht ist die erste Tufel schneller, dann dauert es ein bisschen länger. Okay, wir kennen uns jetzt fünf Minuten, Erich. Sind wir schon beim Du oder noch kurz Sie? Oder ist ein Podcast noch ab? Nein, wir sind schon bei Du. Okay, wunderbar. Das ist natürlich auch eine Generationsfrage. In meiner Generation ist man sozusagen ganz früh und ganz lang bei Du. Meinst du, da liegen so viele Generationen zwischen uns beiden? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Hoffe ich nicht. Ich sage aus Erfahrung, weil es gab ja auch ein Leben vor dem Hotel-Podcast bei mir. Und ich habe früher mal, 2016, so das ein oder andere Event gemacht mit dem Leo Hillinger. Da dürfte der ja ein Begriff sein. Ja, natürlich. Der ist ja das im Bein, was du in der Architektur bist. Ja, ja, Leo Hillinger ist natürlich eine, das ist vielleicht so weit gegriffen, dass ich das in der Architektur bin, was bei Wien ist. Aber Leo Hillinger ist natürlich sehr prominente Person in Österreich, sehr präsent mit allen möglichen Dingen. So, jetzt bin ich heute hier, habe extra das Taxi heute Morgen genommen in Stuttgart um 4 Uhr. Sehr zeitlich. Ja, um bei dir pünktlich anzukommen. Ich bin schon beim zweiten Verlängerten, so wie der Kaffee bei euch hier heißt, gell? Ja, genau. Bei uns heißt er so. Auch das habe ich noch in Erinnerung von damals. Aber es war ja nicht nur das Event mit dem Leo Hillinger damals, sondern habe ich auch schon ab und an erwähnt im Podcast. Ich habe auch irgendwo Wiener Wurzel. Meine Großtante hat hier in Wien ihr Leben lang verbracht und ich als Kind eben die ganzen Sommerferien. Also, ich freue mich aus mehreren Gründen, aber aus dem insbesondere einfach mal wieder hier zu sein. Und jetzt natürlich auch meine Leidenschaft der Hotels, aber auch die Leidenschaft der Architektur und Wien miteinander zu verbinden. Denn ich war nämlich auch mal in einem Kurzpraktikum bei Benisch und Partner in Stuttgart. Ah ja, Benisch und Partner. Habe ich einmal besucht in meiner Studienzeit. Da haben sie mir alle von abgeraten, Architekt zu werden. Was heißt das? Es hieß immer, wenn deine Eltern nicht selbst ein Architekturbüro hätten, dann sei der Weg sehr schwer. Wie war das bei dir damals? Mein Vater hatte ein Architekturbüro. Wirst du? Aber ich bin nicht dort eingestiegen. Ich habe alles neu begonnen. Also sozusagen mein Vater hatte in einer anderen Stadt, in Graz, ein Architekturbüro. Also warst du die Inspiration vom Vater? Naja, ich bin aufgewachsen mit dem Thema. Ich bin aufgewachsen mit den ganzen Schwierigkeiten, die der Beruf auch mit sich bringt. Und diese Honorarverhandlungen am Mittagstisch sozusagen, Bauaufsicht nach dem Mittagstisch. Das ist jetzt positiv oder negativ? Oder wegen einem Gläschen Wein ab und an? Nein, eigentlich hat mein Vater immer nur gearbeitet, Tag und Nacht und Tag und Nacht. Also sozusagen, so bin ich aufgewachsen und da ist es für mich auch natürlich ein bisschen ein Benchmark auch und auch was Normales, die Welt, in der ich dann beruflich hineingeschlittert bin. Wenn du sagst, immer nur gearbeitet, ist es bei dir jetzt weniger oder kriegst du es besser hin? Weil wenn ich mir das mal anschaue, was der Erich alles macht mit seinem Büro. Die Arbeit ist ja relativ. Ich unterscheide mein Leben ja nicht in Arbeit und nicht Arbeit, sondern als Architekt, wenn man das mit Begeisterung macht. Ich habe ursprünglich gar nicht begonnen, Architektur zu studieren. Ich habe begonnen Philosophie und Maschinenbau und alles mögliche habe ich inskribiert. Aber dann am ersten Studientag, als ich die anderen Studien besuchen wollte, bin ich doch abgebogen und zur Architektur gegangen, weil es ja doch meine Leidenschaft war. Bin ich draufgekommen? Also war irgendeine Tür offen und dann hast du gedacht, sieht auch spannend aus, was da war. So ähnlich, so ähnlich. Und wenn man das als Leidenschaft hat, da fließen dann natürlich Arbeit und Freizeit ungetrennt ineinander, sagen wir so. Jetzt ist Architektur natürlich das eine, aber dein Portfolio, wie man es ja nennt, ist ja auch sehr durch die Hospitality geprägt, glaube ich. Wie kam es dazu? Naja, ich habe mich sehr früh begonnen mit Interior zu beschäftigen, bin auch damit ein bisschen aufgewachsen, hat mein Vater schon gemacht und mein Vater hat schon Shops gemacht und viele Interieurs. Er ist schon bei seinem Lehrmeister so aufgewachsen, der in Wien, Oswald Hertl, ein sehr bekannter Interior-Designer und Architekt war. Und so war das Interior-Feld ebenso vertrautes. Und auf der anderen Seite hatte ich einen Großvater, der Geschäftsführer war, in einem Hotel und in einem Kaffeehaus lange Zeit. Ich habe diese Zeit nicht selbst erlebt, immer nur von Geschichten, aber dadurch, so ist meine Interpretation, hat sich natürlich auch eine Nähe zu dieser Branche, zur Hospitality-Branche gebildet. Das ist ja nicht nur Hotellerie, sondern es ist Gastronomie auch, die ich sehr mag. Und das geht praktisch vom Essen weg bis zum Ambiente und von den Menschen, die da drinnen arbeiten, bis zur Umgebung so eines Hauses, die mitgedacht werden. Ich habe da jetzt noch so ein paar Namen im Kopf. Fiegelmüller, wenn wir bei der Gastro anfangen. Oberla, Sacha, Salonsacher, Sacha Eck. Da hast du deine Finger mit drin und mit drin gehabt. Ja, also man muss sagen, ich habe zuerst lange Zeit Shop-Design gemacht und es war gleich nach dem Studium, eines der ersten Projekte war ein gewonnener Wettbewerb für ein Future-Outlet, eine Buchhandelskette. Und mit diesem Wettbewerb, da sind wir praktisch ich mit meinem damaligen Büropartner, wir haben uns eigentlich fast für dieses Projekt gegründet, wir haben schon ein paar Projekte gemeinsam gemacht, sind dann gleich in eine Auftragsserie geschlittert und sind ins kalte Wasser geworfen worden. Super. Ich habe dann fast zehn Jahre fast nur Shop-Design gemacht, schon Architektur auch, aber verschiedenste Shops und da lernt man natürlich diese Schnittstelle der Stadt zum Inneren eines Hauses sehr gut kennen. Shop ist immer Thema der Schnittstelle, wie bringt man die Leute herein, was vermittelt man und immer die Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Und das war eine gute, aber auch harte Übung. Also die Shop-Welt ist sehr taff, da wird einem Schluss gefehlt, was zu machen und 16 Wochen später musst du, das sind vier Monate, wäre heute nicht mehr denkbar, weil diese Lieferketten so ein bisschen schwieriger geworden sind. Also ich denke an deine Arbeit, aber natürlich nachher musst du es noch ausführen, das Handwerk. Genau, aber 16 Wochen später musste der Shop aufsperren, also es war damals echt so super taff und dazwischen musste man unsere Arbeit machen, also so zum Konzept und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich, haben wir in der Hochschule immer über unseren Professor, meinem Professor auf der Angewandten gelacht, der gesagt hat, in einem Semester muss ein Projekt fertig sein. Er hat aber nur die Konzeptphase gemeint, die Entwurfsphase, dass es in Realität so sein sollte, dass in einem Semester praktisch das Projekt schon gebaut sein muss. Damit haben wir nicht gerechnet. Damals haben wir noch gelacht, später haben wir dann gewusst, okay, das ist die Realität. Und da habe ich dieses Arbeiten am Interior, auch mit schnellen Entscheidungen, trotzdem ein stringenten Konzept, weil auf dem haben wir immer aufgebaut. Also wir haben immer darauf bestanden, dass man ein starkes Konzept macht, was uns ja auch Nachhaltigkeit beschert hat, unseren Produkten. Also manche Shops sind jetzt 30 Jahre alt, wie wir gemacht haben. Also unter anderem der zweite Shop, den wir gemacht haben, ist unverändert bis heute. Was bei Shops Seltenheit ist, weil das ist sieben Jahre Halbwertszeit normalerweise. Ja, in der Hotellerie spricht man ja beim Hotelzimmer auch so von acht Jahren, oder? Ja, ich würde sagen, Hotel ist ein bisschen länger erfolgt. Die Hoteliers sprechen zwar von acht Jahren, aber damit meinen sie sozusagen dieses erste Lipstick, Refurnishment und so weiter. Aber ein Shop, der zum Beispiel Kleider verkauft oder irgendwas mit Mode zu tun hat, ist nach sieben Jahren einfach an einen Punkt angelangt, wo man, je nachdem wie modisch er vorher war, wo man hinterfragt. Also du meinst jetzt nicht mal nur die Abnutzung, sondern natürlich auch die ganze Idee dahinter, sage ich mal. Genau, Erscheinung und Idee und man muss da schon gröbere Sachen ändern, so wie es in der Hotellerie dann praktisch diese Lipstick-Renorations, also diese einfachen Refurbishments gibt es so nach sieben Jahren. So gibt es bei Shops zumindest einfache Refurbishments, wenn nicht totale Umkehr. Oft ist das Sortiment ein anderes geworden und so weiter. Das ist viel schnelllebiger und da habe ich das gelernt und dann, ich sage deshalb dazu, dass es doch ein hartes Lernfeld war, weil das Umfeld, sozusagen der Verkauf, der Verkaufsleiter, die ganzen Einkäufer und so weiter, das war ein bisschen ein gröberes als in der Hotellerie. Ich habe dann irgendwann verstanden, natürlich mit den ersten Gastronomie-Projekten auch und mit dem ersten Hotelkontakt, habe ich irgendwann verstanden, dass es in der Hotellerie ganz eine andere Atmosphäre gibt und ganz eine andere Atmosphäre praktisch diese Zusammenarbeit. Bestimmt, ich habe einmal den Direktor vom Hotel Sacha, der dann nachher auch ein Freund von mir geworden ist, gefragt, ich habe gesagt, Rainer Heilmann hat der damalige Direktor gewesen, ich sage, Rainer, warum sind in der Hotellerie alle Leute so nett? Ich habe gesagt, ganz einfach, sonst wären sie nicht in der Hotellerie. Also das ist natürlich ganz was anderes, weil in der Hotellerie die Leute immer sehr viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Das heißt, der Mensch steht total im Mittelpunkt, während im Shop-Bereich die Ware im Mittelpunkt steht. Und das zweite Feld, in dem ich gelernt habe, war das Kulturfeld, Ausstellungen, auch wieder an dieser Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ein nicht unähnliches Thema wie Shop, aber trotzdem vom Ethos noch einmal ganz was anderes, weil was da verkauft wird, ist ja nicht verkaufte Ware, sondern was da vermittelt wird. Es wird nämlich nicht verkauft, sondern vermittelt, es ist Inhalt, Content, was beim Shop praktisch Einkaufs- und Verkaufsexperten sind, ist in der Museologie und im Ausstellungswesen und im Kulturbereich sind das die Kuratoren. Und entsprechend, also der Museumsdirektor könnte man sagen, ist wie ein Hoteldirektor und der Kurator ist wie ein F&B-Director und so weiter in der Hotellerie. Und im Museumsbusiness ist es, oder Ausstellungsbusiness ist es aber noch ein bisschen anders, weil die Kuratoren auch relativ wenig Kontakt nach außen haben, weil die haben ja Forschungsfeld, die kümmern sich sozusagen total intensiv um die Inhalte, sind sozusagen die puren Konzeptionisten und da haben wir dann oft diese Schnittstelle zur Öffentlichkeit gebildet. Ich sage immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, mischst du jetzt Shop und Kultur zusammen, kommt Hotellerie raus. Das heißt, das sind die zwei Fälle, in denen wir haben sehr viele Ausstellungen gemacht und sehr viele Shops gemacht. Also in den ersten zehn Jahren sicher an die 200 Shops, wenn ich noch mehr betreue, und Ausstellungen macht man natürlich weniger, aber sicher auch an die 20, 30 Ausstellungen und Museumsumbauten und so Sachen. Und wir haben uns dann nach zehn Jahren als BWM neu gegründet und sind dann noch mit Shop und Ausstellungen weitergefahren, weil es genau das Team war, das diese Sache auch gemacht hat, also auch vorher schon. Genau, weil Retail-Ableger habt ihr ja auch, ne? Genau, das ist geblieben. Unser Retail-Ableger hat sich sozusagen beibehalten und auch noch weiter professionalisiert. Also wir haben gesagt, es gibt wenig, die so für Erfahrungen im Shop haben. Also wir sind eine Zeit lang immer kontaktiert worden, praktisch wir sind fast die einzigen in Österreich, die so für Erfahrungen haben. Dann googelt man Shop und Architektur, kommen immer wieder raus. Mittlerweile hat sich das Feld natürlich ein bisschen gewandelt, weil es viel mehr Concept-Stores gibt und das macht natürlich das Feld ein bisschen breiter. Aber Retail haben wir uns beibehalten, aber wir haben uns dann nach weiteren vier, fünf Jahren in diesem, wir haben dann Hochbau noch dazu gemacht, mehr Hochbau, also Development City, Development City, Denkmalschutzprojekte. Das haben wir immer gemacht, das hängt auch mit dieser feinen Auseinandersetzung mit dem Äußeren und dem Inneren der Gebäude zusammen. Also Denkmalschutz ohne Interior-Denken halte ich für fast undenkbar, weil du musst das Gebäude ja weiterdenken. Und in diesem Feld haben wir viel gemacht und dann nach ein paar Jahren ist dort die Hotellerie so natürlich von uns als Zielgebiet gedacht, aber auch ein bisschen dann entstanden und gewollt entstanden und als Geschäftsfeld. Und weil einer meiner Partner, Markus Kaplan, kommt auch aus einer Hoteliersfamilie und wir zwei haben uns sehr stark, er noch ein bisschen mehr auf der Hochbau-Seite und ich ein bisschen stärker an der Interior-Seite, mit diesem Hotel-Thema einfach identifizieren können. Mittlerweile lebe ich in diesem Feld sozusagen seit 12, 13, 14 Jahren, 15 Jahren und man kennt sich dann. Die Szene ist ja dann doch relativ klein. Ich kenne sehr viele Hoteliers in Österreich, ich kenne die ganze Berater-Szene, ich kenne auch Fachexpertenberater, mit denen wir vielfach zusammenarbeiten, FNP-Experts und Gastrokritiker. Also man kennt die Szene dann sehr genau, auch über Österreich hinaus mittlerweile. Und das ist natürlich sehr spannend, weil da sehr viele interessante Leute dabei sind. Also das ist sozusagen ein Alltag und da kommen wir zu deiner ersten Frage wieder zurück. Sozusagen wie das ist mit Arbeiten und Freizeit, ob ich auch so viel arbeite. Nachdem dieses Milieu einfach ein sehr sympathisches Milieu ist und eine sehr freundschaftliche Konstellation sich mit vielen aus diesem Milieu mittlerweile ergeben hat, trenne ich das noch weniger. Also sozusagen, wenn wir wo auf Urlaub fahren, nicht mit meiner Familie, dann fahren wir sehr oft in ein Hotel, das wir umgebaut haben. Und meine Family macht dann mit sozusagen in der Analyse dieser Hotels, wenn sie noch nicht fertig sind, weil sie sozusagen immer stückweise umgebaut werden. Was könnte man als nächstes machen, was fehlt noch oder was ist nicht gelungen, was fehlt im Zimmer sozusagen. Wir sind unsere eigenen Testpersonen auch und bewegen uns dann sozusagen auch in unserem gestalterischen Ambiente und das ist schon ganz lustig. Siehst du, mein Sohn fragt mich mittlerweile auch, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und nach dem Frühstück heißt es wieder, Papa macht Hotel-Podcast, dann sitzt er meistens schon nebendran irgendwo. Ja, eben, du kennst das, du kennst das, wie das ist. Aber da sind auch beide Welten eng miteinander verbunden, aber kann ich nur bestätigen. Also, Erich, du hast keine freundlichere Branche oder Milieu, wie du jetzt gesagt hast, gefunden. Freut mich. So treffen wir uns auch heute in einem öffentlichen Ort. Denn, wie nennst du hier diese, erster Stock ist es nicht, Empore vielleicht? Im Hotel Gilbert? Ja, wir haben es auch schon Empore genannt. Eigentlich ist es eine Art Galerie, die da rundherum läuft. Aber es hat ein bisschen was von einer Empore auch, weil es sozusagen die zweite Ebene einer Lounge ist. Die eine Lounge ist praktisch das Restaurant, das im Erdgeschoss ist und das ist die öffentlichere, weil es eben Teil des Restaurants ist, das Restaurant ja für alle offen ist. Also, auch für die Lokals und nicht nur für die Hotelgäste. Und das ist ein Bereich, der eigentlich die ruhigere Lounge ist, die intimere Lounge, die eigentlich nur den Hotelgästen oder die, die das hier extra buchen zur Verfügung stehen. Okay. Das heißt, als Gast von auswärts kann ich ja so ein bisschen aufs Stadtvolk auch hinunterschauen und beobachten, beobachten von der Empore. Bisschen wie im Theater, ne? Ja, ja, eben. Deshalb haben wir auch Empore gesagt. Und Empore ist ja sozusagen nicht nur was Exklusives, nicht nur was Ausschließendes, sondern es ist ja auch, man hat seinen eigenen Platz, ohne irgendwo weggesperrt zu sein. Das war unsere Idee. Absolut. Wir haben nicht an das Hinunterschauen so sehr gedacht, sondern wir haben eher diese Idee, ich gehe nicht hinunter oder irgendwo in ein Hinterzimmer, sondern ich gehe hinauf und bin dann sozusagen noch ein bisschen im Licht. Man sieht da hier das Tageslicht ein bisschen. Man ist dann dem Licht noch ein bisschen näher, man ist dem Tag noch ein bisschen näher. Das ist eigentlich die Idee von dieser Zone da hier und das sehr ruhige, aber das Wohnzimmer von den Leuten. Das ist so, wenn ich sage, da habe ich mein Wohnzimmer und dann habe ich das Zimmer, das Esszimmer, wo auch die Gäste kommen. Ins Wohnzimmer kommen sie nicht immer. Also kann ich nur bestätigen. Jetzt bin ich noch nicht lange hier, aber das nächste Mal, wenn ich in Wien bin, werde ich mal hier einchecken. Ich hoffe, du übernachtest. Mich einbuchen und ganz genau. Aber ansonsten, wunderbar. Und wann war das Projekt hier für BWM? Wie sah das aus? Was war es davor? Naja, das war schon ein Hotel. Das war ein Hotel, das war ein, es hat geheißen, wie ein Art Hotel mit einem Kunstwerk, das da wieder getan ist. Ja, aber es hat mit Art eigentlich nicht viel zu tun. Das war sozusagen eine Serie, eine Art Franchise-Idee, wie Designhotels, dass sich Hotels über das Kunstthema verbinden und es stand halt in jedem dieser Hotels ein Kunstwerk rum. Aber es ist dann von einer Generation in die nächste übergegangen und sowohl die eine als auch die nächste Generation haben gesagt, eigentlich reicht uns das nicht mehr so, wie es jetzt immer war. Wir wollen eigentlich sozusagen auch für die nächste und vielleicht für die übernächste Generation ein Haus schaffen, das viel Wärme ausstrahlt. Und das auch viel von dem verkörpert, was wir vorhin über das Milieu gesprochen haben. Das Haus war kalt, war akustisch kalt, es gab eine Stalltreppe, es hat das ganze Haus gehalten. Da hier, wo wir uns jetzt in diesem sogenannten Wohnzimmer auf diesem Bohrre befinden, waren eigentlich Büros. Und das heißt, die Galerie war nicht als solche existent. Und wir haben aber dann doch versucht, viel von der Hardware zu übernehmen. Und auch im Sinne der Nachhaltigkeit, da haben wir geschaut, dass wir vor allem mit Oberflächen arbeiten, mit Perforationen, die vorher nicht da waren. Wir haben eher Dinge weggenommen als weggenommen und wieder dazugebaut. Das heißt, wir haben mehr aufgemacht. Also diese Transparenz, vorhin hinaus, vorhin war ein Geschäftslokal, das war vermietet. Und wir haben versucht, ein sehr durchlässiges Haus zu schaffen, das von der Akustik her, man merkt, dass sie von der Akustik her sehr gedämpft ist, um diese Gemütlichkeit auch zu vermitteln. Und ein Haus ist ein bisschen, auch wenn du reingest aus der Stadt, ein bisschen langsamer wird. Also wo man sagt, da lehne ich mich zurück und da fühle ich mich richtig wohl. Also Großines ist dieses Wohlfühlen. Das ist für mich, auch für unser Arbeiten im Büro eines der wichtigsten Kriterien. Nein, das ist etwas, was wir versuchen immer zu erreichen. Also sozusagen, das ist nicht, natürlich versuchen wir, oder natürlich ist unser Ziel, immer ein straightes Konzept zu haben. Aber das Konzept darf nicht über den Betrieb und über die Leute, über die Gäste so dominieren, dass es an Cozy wird. Also der Idealfall ist für uns immer ein strenges Konzept zu haben und Cozyness zu erreichen. Ich finde das mit der Cozyness ist uns da hier, du hörst, wir sind mit dem Produkt auch sehr glücklich, ist uns da sehr gut gelungen. Also der Erfolg gibt uns recht. Also das ist am Wochenende ist da hier halb Min anzutreffen. Das weiß ich, meine Tochter arbeitet hier am Service auch. Und die berichtet mir immer, was alles gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Also auch da spielt das dann zusammen. Und da weiß ich eben, dass das richtig voll sein kann. Und das war unser Ziel, auch die Locals reinzubringen, weil man sich fragen muss, was gibt ein Hotel der Stadt auch zurück. Ein Hotel nimmt von der Stadt natürlich die Sehenswürdigkeiten nicht weg, aber es benutzt sie. Der Stephansdom, deshalb kommen die Leute nach Wien, Schönbrunn und City, Stadt und Museumskortier und viele Sachen. Aber wir haben uns gemeinsam mit den Eigentümern und den Betreibern, Owner Operated, das ist sehr oft eine sehr erfolgversprechende Konstellation, Owner Operator. Und mit den Eigentümern gemeinsam haben wir uns die Frage gestellt, was gibt dieses Haus, was kann dieses Haus eigentlich der Stadt zurückgeben, wenn es immer konsumiert von der Stadt oder die Gäste konsumieren und das benutzt die Stadt. Und da war eigentlich dieses Thema Shop einerseits. Shop, das ist eine wachsende Sache, also dass man einen Blumenladen vorne macht. Es ist alles vorgesehen dafür, das dauert aber auch noch und das andere ist natürlich die Hauptsache Gastronomie. Flora heißt das ja schon vor. Und Flora, genau, das heißt auch und Flora. Und Flora. Gilbert und Flora. Kat ist nach Gilbert. Gilbert, Kat und Flora ist das. Okay, verstehe. Und dieses und Flora ist praktisch das ganze Erdgeschoss von vorne bis hinten. Da gibt es eine kleine Kirchberggasse, sieht man auch hinten raus durch die Küche durch, auch alle sind part of the game, also man sieht auch, auch der Abwäscher ist nicht versteckt oder so, weil es oft heißt, ein Abwäscher darf man nicht sehen in der Küche und so. Alles offen, weil wir gesagt haben, everybody is part of the team und die Stadt, die Leute der Umgebung, für die soll das auch ein Lokal sein, dass alle einlädt hereinzukommen und zu partizipieren, vice versa. Also das Team des Hauses partizipiert am Leben da herinnen und die Lokals partizipieren auch am Leben da herinnen und das ist keine leichte Aufgabe gewesen, weil die Wiener gehen normal nicht in Hotels, in Hotelrestaurants. Diese Regel galt ganz lange Zeit, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, weil die Restaurants, die Gastronomie in den Hotels verstanden hat, was man machen muss. Aber nicht immer und überall, aber das ist zweifellos zu einem der Orte, wo das funktioniert. Das erste, unser überhaupt fast erstes Projekt war das 25 Hours, die haben das überhaupt erst einmal eingeführt, das 25 Hours, die waren die Ersten, die gesagt haben, wir machen eine Gastronomie open for everybody, sage ich jetzt auf Englisch, weil das natürlich die Umgangssprache in der Hotellerie ist. Und ich kann mich erinnern, die Wiener Szene hat gelacht, die hat gesagt, nein, die werden sich anschauen, wer geht da rein, in ein Hotel geht keiner rein, das ist ein Frühstückspublikum. Und 25 Hours hat es geschafft, dass dieser Dachboden noch dazu, war es nicht im Erdgeschoss zugänglich, sondern es war im Rooftop, es war praktisch, Erdgeschoss war ein Studentenheim, vier, fünf Geschosse und drüber hat erst das Hotel begonnen. Und die Bude war brechend voll, also sozusagen so, dass das dann in einem zweiten Gang später noch einmal erweitert, zweimal noch erweitert wurde, dass man dort diesen Dachboden, dieses Rooftop, danach ist ja das Berliner 25 Hours mit der Monkey Bar gekommen, da haben sie das dann weiter fortgeführt, aber für die war das selber Überraschung. Und dieses Dachgeschoss ist da hier richtig weiter zelebriert, hätten ursprünglich Hotelzimmer werden sollen, nachdem das Erdgeschoss dazu gekommen ist. Aber die waren die Benchmarks und dort haben wir das natürlich auch gelernt und haben auch gesehen, okay, was muss man machen, um erfolgreiche Gastronomie, die wir natürlich auch in Wien kennen, die Gastro-Szene, aber erfolgreiche Gastronomie in der Hotellerie zu machen. Da schließt sich der Kreis, denn genau im 25 Hours habe ich damals einen Großteil meiner Stuttgarter deutschen Gäste untergebracht beim Event mit dem Leo Hellinger, das war so 2016 und da war eben 25 Hours Kooperationspartner. Ja, das war ja relativ neu. Ja, genau, gerade ausgemacht. Aber auch der Christoph Hoffmann ist ein Fan des Hotel-Podcasts und wird hier auch bald mal zu Gast sein. Ja, 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 mit dem Christoph Hoffmann machen wir auch viele Projekte. Denke ich mir, denke ich mir. Als der Ersten war ihm das 25 Hours, weil er nicht vergessen, wie viele Stunden er bei uns im Büro verbracht hat. Er hat ja schon sein eigenes Ladegerät am Tisch decken, weil er sozusagen seine ganzen Electronic Devices bei uns aufgeladen hat, weil er so viel Zeit bei uns im Büro war. Und wir machen jetzt ein Projekt in Dresden mit ihm. In Dresden? In Dresden. Ich habe gerade schon gedacht. In Dresden, ja. Und das Italienische. In Dresden machst du ja sowieso das eine oder andere. Genau, in Dresden mache ich einiges, aber 25 Hours ist natürlich eine richtig große Nummer und das macht schon Spaß mit dem Christoph Hoffmann. Also sozusagen, es ist ja, die 25 Hours-Produkte sind ein bisschen um ihn herumgeschneidert, aber wir kennen uns eben sehr lang. Wir haben da nicht das Interior gemacht von diesem Wiener Hotel. Zwar als Generalplaner die Implementierung auch des Interiors gemacht, aber wir kennen einander natürlich aus dieser intensiven Zeit von damals. Auch eines seiner ersten Hotels, die er so selbstständig gemacht hat. Und jetzt ist er ja nach dem 25 Hours an Alkohol gegangen, ist er nach wie vor die Galleons-Figur, sagen wir so dazu, von 25 Hours und unser Gesprächspartner und das ist schon auch eine sehr spannende Herausforderung. Das macht mir ja unglaublichen Spaß mit dem Christoph Hoffmann, auch ein bisschen um die Themen Authentizität und Storytelling zu fighten, sozusagen. Und ich habe mittlerweile viel gelernt, wie er denkt und wie er auch dieses Thema der Nachhaltigkeit auf einer anderen Ebene in den Hotels mitnimmt. Nämlich, dass die Hotels schon, wie wir mal sagen, Spuren von vornherein haben. Also sozusagen, dass sie uns Spuren aufnehmen können und die Spuren verzeihen auch. Also sozusagen, das ist eins der Themen von 25 Hours, würde ich sagen. Und der Christoph hat mir mal bei unserer letzten Begegnung gesagt, dass er so ein großer Fan auch sei der Grand Hotellerie. Und vielleicht machen wir da kurz, schlagen wir die Brücke nach Bad Gastein. Das ist zum einen der Christoph, der das gesagt hatte, aber auch in einem meiner letzten Podcasts, ich glaube, das war Episode 56 mit der Moana Sachs von Hirmer. Da ist dann das erste Mal noch, ich glaube, nach dem Podcast, nach der Aufzeichnung, dann der Name BWM und Erich gefallen. Und so kamen wir dann auch irgendwo indirekt zusammen. Ihr seid dabei, ein Grand Hotel, das Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein. Und man nennt es ja auch Ensemble, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Gerade zu überarbeiten ist der falsche Ausdruck. Zu revitalisieren, wie gesagt. Ja, ich würde sagen, Revitalisieren ist ein Aspekt, überarbeiten ist ein anderer Aspekt. Beides ist zutreffend. Arbeit ist auf jeden Fall. Ja, das ist eine sehr, sehr umfassende Sache, das Bad Gastein. Weil das Bad Gastein sozusagen, also das Bad Gastein-Projekt und das Bad Gastein-Projekt auch von Bad Gastein her schon einmal zu denken ist. Bad Gastein, Moana Sachs wird ja vielleicht eh auch ein bisschen was erzählt haben, Bad Gastein. Aber Bad Gastein. Wir haben uns verabredet, dann in Bad Gastein, aber jetzt bin ich heute schon bei dir. Also von daher verschiebt sich mein Besuch in Bad Gastein dann vielleicht doch nochmal bis zur Eröffnung. Ja, Bad Gastein ist absolut sehenswert. Also Bad Gastein ist... Ich checke dann direkt im Straubinger ein. Ja, genau. Da muss man ein bisschen warten, aber nicht lange. Wir sind im Finale. Und Bad Gastein ist insofern einer der bizarrsten, im positiven Sinne, bizarrsten Orte in den Alpen. Also es gibt natürlich noch St. Moritz und ein paar, auch in den französischen Alpen gibt es einen Ort, aber es gibt dann noch... Welche wäre das in Semmering? In Frankreich? Mir fällt ja nicht ein. Okay. Aber es gibt ganz wenig Orte, die so Kunstorte sind. Und der Semmering auch in Österreich, also das hat natürlich... Haben die Alpen mit sich gebracht, dass sie einfach schwerer zugänglich waren und der Tourismus lange Zeit ausgeschlossen hat mit der Eisenbahn. Es war im Wesentlichen die Eisenbahn, die das erschlossen hat. Ja, genau. Und mit der Eisenbahn sind plötzlich Orte zugänglich geworden, die so ein bisschen... Das eine war ein kleiner Bergarweiterort, ein anderes war ein kleiner... Die hatten aber immer was Spektakuläres, ein kleines, maximal eine Bauernansiedlung. Der Semmering war maximal eine Bauernansiedlung. In Bad Gastein waren Bergarweiter und... Also es gab Gold und auch Silberbergwerke. Und in Bad Gastein gab es aber auch das Wasser mit der besonderen Wirkung, Radon-haltig. Also sozusagen Radon ist auch ein strahlendes Element. Das heißt, man ist dann draufgekommen, dass das irgendwas mit dem Körper tut und manche Krankheiten lindert. Und das heißt, Bad Gastein hat sich so ein bisschen Richtung Kurort geschoben, aber die Infrastruktur war einfach über, würde ich sagen, Jahrhunderte erbärmlich. Also man hat so kleine Badehütten gemacht, so halbzene. Und in den 1870er Jahren ist dann die Eisenbahn konzipiert worden und die Bauernbahn gekommen. Und damit ist der Ort erreichbar gewesen. Und es gab schon vorher ein paar Aristokraten, die sich angesiedelt haben und plötzlich ist die Stadt praktisch, oder ist der Ort hochgeschossen wie eine Stadt, so muss man sagen. Und heute gibt es so... Das unterscheidet allerdings vom Bad Gastein vom Semmering, weil Semmering... Am Semmering sind zwar die größten Hotels dieser Zeit überhaupt in den Alpen entstanden oder in den Bergen entstanden, aber Semmering, da war immer nur vereinzelte Brocken. Das war nie ein zusammenhängender Ort, das war immer Hotelbrockendistanz, Hotelbrockendistanz und so. Und Bad Gastein hat sich das um diesen Wasserfall zusammengeballt, weil der Wasserfall war die... Es waren eigentlich ursprünglich zwei Wasserfälle, war die Hauptanziehungskraft für den touristischen Voyeur. Und es haben sich zwei gefunden, das war der touristische Voyeur sozusagen, der... Das habe ich jetzt auch noch nie gehört im Zusammenhang, aber gefällt mir. Ja, habe ich gerade davon, aber der einfach die Landschaft ansehen wollte, ohne sie oft zu benutzen. Das war nicht der Bergwanderer, deshalb sage ich, es war der, der eigentlich ein mondänes, städtisches Leben nicht vermissen wollte, deshalb sind die Häuser sehr mundän und städtisch und eigentlich ist es Grand Hotel de l'Europe oder Europa in Bad Gastein, das Vorbild von Grand Budapest Hotel. Und das waren dann diese Grand Hotels, die da entstanden sind, die eigentlich ein Stück Stadt, so wie ein kleines Pattern, einen Patternausschnitt der Stadt dorthin transportiert haben. Und in Bad Gastein speziell ist, das gibt es in St. Moritz auch, diese Dichte. Und dadurch sind die Häuser sehr in die Höhe gewachsen. Das Grand Hotel Europa war zum Beispiel 13, oder ist 13-geschossig. Und das ist auch das, was man im Filmplakat sieht vom Grand Budapest Hotel. Und das sieht man von hinten gar nicht, weil wenn man von hinten zugeht, weil das alles so am Hang liegt, hat es viergeschossen und von vorn 13-geschossen. Also so ungefähr ist das. Also es war schon eine richtige Hochhausstadt und man sagt oft auch dazu Berlin in den Alpen, Monaco in den Alpen und Manhattan in den Alpen und solche Sprüche gibt es zu Bad Gastein. Aber, und jetzt schließe ich vielleicht diesen Kreis ein bisschen zu Grand Hotel, dass was das Grand Hotel unterscheidet von den alpinen Unterkünften, die heute nach wie vor, aber schon seit 100 Jahren auch im alpinen Bereich entstehen, die eher sozusagen auf alpine Style setzen, hat das Grand Hotel immer mit dem städtischen Publikum und immer mit dem Thema Stadt gespielt. Und das ist auch etwas, was wir mit dem Grand Hotel Straubinger machen. Also ich finde Grand Hotel überhaupt ein sehr spannendes Phänomen, weil für mich ist es ein bisschen dieser Zusammenhang mit der sogenannten Grand Tour, ich weiß nicht, ob du die Grand Tour kennst, dieses, die ja zuerst die britischen Aristokraten, später dann auch die russischen und die französischen Aristokraten auf eine Tour geschickt hat, bei der die großen Weltstädte waren, Teil davon. Dann ist die Schweiz dazugekommen und dann sind auch die österreichischen Alpen dazugekommen. Zuerst war es London, Paris, Rom, später ist dann Russland dazugekommen, hat man Moskau, St. Petersburg eher noch, Moskau auch, aber St. Petersburg besucht. Und dann hat man begonnen, die Schweiz mitzunehmen, als Bild der Alpen schlechthin. Da war einfach die Schweiz, war sozusagen das Image der Alpen. Und man hatte auch das innere Österreich, Salzkammergut oder so, hat man zum Beispiel die österreichische Schweiz genannt. Also sozusagen Schweiz war praktisch das Alpenbild und Bad Gastein ist dann ab 1880, da ist es dann so hochgeschossen, dann auch mitgenommen worden in dieser Grand Tour. Und die Grand Tour, natürlich ein Grand Hotel hat nicht unmittelbar mit Grand Tour zu tun, aber für mich hat es schon viel mit diesem Denken der Grand Tour zu tun, weil was die Aristokraten sehen wollten, waren natürlich spektakuläre Situationen in der Stadt Rom, die Ausgrabungen in Paris, wie halt Hausmann die Stadt verändert hat, in St. Petersburg, das ist Venedig des Ostens und so und so weiter. Und im Alpenbereich waren es immer praktisch die bizarren Berge und der Wasserfall. Das war immer der Wasserfall, war ein Ziel von diesem Grand Tour Publikum. Die wollten aber auf ihren Luxus nicht verzichten und dann haben sie die Hotels mitgenommen. Die Hotels haben sich dann nach ihren Bedürfnissen geformt und haben sich dann Grand Hotel genannt. Natürlich hängt es auch mit der Größe zusammen, aber es war vor allem die Größe der Idee aus meiner Sicht, die beim Grand Hotel mitgespielt hat. Und Bad Gastein ist dann eben so eine Ansammlung von Grand Hotels geworden und dann mit der Möglichkeit des Reisens, mit dem Auto ist man schnell nach Italien gekommen und überall hin, ist der Tourismus abgeflacht. Die Ideen sind geringer geworden. In den 70er Jahren war noch Leisa Minelli oder spätestens 60er Jahre, oder 70er Jahre glaube ich, war noch Leisa Minelli dort zu Gast in Bad Gastein. Wie ich Bad Gastein erlebt habe, Ende der 80er Jahre sind dort Horden von Touristen aus aller Herren Länder herumgelaufen, die alle so Tafeln umgehängt hatten. Das war mein erstes Gastein-Erlebnis. Tafeln umgehängt hatten mit der Adresse und der Telefonnummer und ihrem Namen, wo sie wohnen, weil die dann so viel getrunken haben, dass sie nicht mehr sagen konnten, wo sie wohnen. Und dann hat man sich in ein Taxi gesetzt und es sind dann dort heimgebaut worden. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber Bad Gastein ist irgendwie ein abandoned place geworden, also ein bisschen ein abandonierter Ort. Und genau das ist das Spannende. Bad Gastein ist jetzt schon einmal gestorben, aber auf eine spannende Art, sozusagen so wie die Ruinen Roms ja auch spannend sind auf ihre Art, ist auch dieses abandonierte, ein bisschen abandonierte Gastein, das einfach diese Spuren der Geschichte in sich trägt, spannend geworden. Als abandonierter Platz auch. Das heißt, wenn man Bad Gastein jetzt wieder rausputzt und sagt, das soll wie St. Moritz werden, ist das nicht mehr so spannend, wie es jetzt ist. Und das ist unsere Challenge, weil das Straubinger ist der Nukleus von Bad Gastein. Das ist praktisch der Kern. Ich glaube, da ging es 1791 los damals, so mit der Baustelle oder als wir angefangen haben. Da war es neben dem Wasserfall, ich glaube unmittelbar daneben, zu entwickeln. Und wenn du sagst Nukleus. Und Bad Gastein hat überhaupt begonnen, um Straubinger herum zu wachsen. Das heißt, das lässt sich zurückverfolgen bis 1390 oder was. Die erste Hütte des Straubinger und hat mehrere Jahrhunderte Familiengeschichte Straubinger hinter sich gehabt, bevor dann der letzte Straubinger Nachkommen das irgendwann aufgegeben hat. Wie wir gekommen sind, sind noch die Schilder an der Tür gehangen. Im Moment geschlossen, wir öffnen im September 1905. Okay, also der letzte Straubinger dann. Oder 2003. Hat das Schildchen auch aufgehängt. Beim Straubinger und wenn man aber hineingegangen ist, ist das Dach aufgerissen gewesen und waren die Decken eingestürzt. Also man konnte die innersten Teile des Straubinger gar nicht begehen. Also es war wirklich einer der Orte, die am stärksten zerstört sind von allen den Orten, die ich erlebt habe, zerstörten Orten. Also sozusagen, es war fein. Und es hat dem Straubinger Spekulationen und andere Dinge wirklich arg zugesetzt. Das Badieschloss war halb abgebrannt, der hintere Teil. Und es hat sich bei einer genaueren Analyse auch gezeigt, wer sich in der Hotellerie auskennt, wie du, wird das auch verstehen, dass unendlich viele Allgemeinflächen sind. Also Seele und Stüberl und was weiß ich, was alles. Und der Straubinger hat gerade einmal, nicht einmal 50 Zimmer gehabt. Und das Badieschloss hat gerade einmal 25 Zimmer gebraucht. Und die zum Teil auch ohne Badiezimmer dazu. Das heißt, da ist dann der Schluss gefasst worden, dem wieder ein Stück Höhenentwicklung dazuzusetzen. Aber es ging niemandem um die Höhenentwicklung, aber es ging um den geringen Fußabdruck. Dass man sagt, das war der abgebrannte Teil des Badieschlosses, setzt man auf einem relativ kleinen Grundriss ein Gebäude hin, das in diesem Kanon vom Bad Gastein auch mitmacht, dieser Kanon, der immer so zwischen Hochhausstadt und Felsenstadt oszilliert. Und wir haben uns zwar hochgebaut, aber wir haben uns dem Felsen ein bisschen angeschlossen, jetzt so im Habitus des Gebäudes. Und um dann die nötige Zimmeranzahl zu erreichen, dass sich das alles auch wirtschaftlich... Genau, ich glaube, das kommt jetzt auf 150 Zimmer ungefähr, wenn man Badieschloss und Straubinger zusammen nimmt. 160 Zimmer. Und die sind auch ein bisschen unterschiedlich positioniert. Und der Vorsatz war von Anfang an, das hat vielleicht Moana Sachs auch erzählt, auch ein bisschen diesen Grand Hotel-Gedanken wieder zu verstärken. Am Anfang waren sich nicht alle Beteiligten sicher, ob man wirklich auf Grand Hotel gehen soll, weil natürlich die Grand Hotel-Thematik auch ein bisschen unter dem Verdacht gestanden ist, dass man vielleicht eine Hemmschwelle schafft, dass sich die Leute vielleicht nicht in ein Grand Hotel zu gehen trauen. Aber das war zu Planungsbeginn. Und mittlerweile hat sich dieses Thema Grand Hotel so in den Vordergrund gearbeitet. So wie auch deine Frage zeigt, dass das Grand Hotel eigentlich ein anstrebenswerter Ort geworden ist und das jetzt eigentlich gar keine Frage ist, was man da der Grand Hotel macht und wieder macht. Da steht ja auch noch die alte Schrift drauf, Grand Hotel Straubinger. Und diese Idee, der Stadt auf dem Land mit dem voyeuristischen Ausblick auf die Alpen, aber eigentlich so eine Welt zu schaffen, dass ich das Haus theoretisch gar nicht verlassen muss. Also sozusagen, es geht natürlich darum, auch dort geht es darum, dass man die Lokals reinholt, die Lokals sind aber die Gäste auch der anderen Hotels, weil Gastein selber ja sehr beschränkt die Anzahl an lokalen, autoktoner Bevölkerung hat. Also sozusagen, die meisten sind im Tourismus beschäftigt. Und auch für die soll das Haus theoretisch sein. Also auch dort geht es wieder darum, was mache ich? Ich öffne, ich überlege, dass man auch die Positionierung von Bad Gastein, und das war eigentlich die große Aufgabe, deshalb habe ich gesagt, wir haben bei Bad Gastein begonnen, dass man auch Bad Gastein mit dem Ganzen hebt und dass man Bad Gastein was zurückgibt, einen schönen Platz, um den gesessen werden kann, an dem ein Kaffeehaus ist, der ja früher mal vielleicht was war, aber schon Jahre jetzt brach liegt. Und das ist eigentlich der Platz von Bad Gastein. Also sozusagen, es gibt keinen Platz in Bad Gastein sonst. Der Straubingerplatz ist da ja wie ein kleiner Hauptplatz. Ja, eine Frage, die wir vorher schon zu Beginn unseres Gesprächs stellen können, als du so einen Unterschied gemacht hast zwischen Planungsphase und dann der Umsetzung, wo du dann gesagt hast, ein Semester und so weiter für den Shop. Wie sieht sowas am Beispiel, entweder hier vom Gilbert oder auch natürlich vom Straubinger aus, wenn man da von dem Moment, wo man den Schlüssel umdreht und Hörmann sagt, hey, wir würden hier gerne mit dir zusammen, mit euch, mit BWM, da einen Neustart machen. Wie lange dauert die Planungsphase und dass man dann sagen kann, okay, und jetzt legen wir los mit dem Handwerk? Man muss sagen, wo setzt du dich da erstmal mit so einem Stuhl mitten rein und lässt es auf dich wirken? Ja, ja, auch. Anders geht es ja nicht. Wir lassen nicht nur den Ort ziemlich stark in uns hinein und auf uns wirken, sondern auch natürlich die Leute, die damit zu tun haben. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Genau, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist ja das, was mir in der Hotellerie so gut gefällt, dass man auch mit den Leuten, die da drinnen leben, schnell einen Kontakt findet und schnell diesen Konsens, dass man gemeinsam an was arbeitet und gemeinsam was entwickelt. Und das geht natürlich nicht bei jedem Hotel, aber es gibt verschiedene Kettenhotels, die haben ein bisschen mehr Distanz zu einem. Oft plant man dann für einen noch, man plant für den Investor, aber auf Basis eines noch unbekannten Betreibers, sozusagen Betreiberneutral, das kommt vor, auch in der Gastronomie für Hotels manchmal, dass man nicht weiß, kommt ein Pächter oder wer bestimmt das dann? Absolut, ja. Aber im Idealfall ist der Betreiber präsent und im Idealfall ist der Betreiber auch der Operator, ist auch der Owner, ja, Owner Operator. Und das heißt, der entscheidet dann auch über die Investitionen, sonst stehen wir ja dazwischen, sonst stehen wir unter dem Auftrag des Investors und aber machen unsere Konzeption gemeinsam mit dem Betreiber. aber wir machen das eben sehr schnell in einem Workshop-Setting, weil das uns eigentlich nahe bringt, den Ort kann man sich so anschauen, indem man sich hinsetzt, indem man sich oft mit dem Ort auseinandersetzt und im wahrsten Sinne des Wortes auseinandersetzt, aber den Betreiber, den muss man genauso verstehen wie den Ort. Das Hotel ist immer die Mischung aus dem Ort, natürlich dem erweiterten Ort, also dem Gebäude, dem Ort drumherum und dem Betreiber, also dem Personal. Also nur dann und der Architektur dann zum Schluss natürlich, die daraus entsteht. Das heißt, diese Komponenten bestimmen die Qualität eines Hotelproduktes und mit all diesen drei Komponenten versuchen wir uns möglichst präzis und sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und deshalb hat der Workshop für uns so eine, oder haben die Workshops eine so fundamentale Bedeutung. Ja, ich habe mal über dich gelesen, dass du so die Schichten der Vergangenheit zum Vorschein hebst. Und ich glaube, bei so einem Haus von 1791 gibt es da so ein paar Schichten. Ja, ja. Da muss man dann sicherlich aufpassen, dass man nicht so am ersten Durchkehren zu viel kaputt macht, oder? Das ist für uns ganz was Wichtiges, dass das... Da muss man erstmal wie bei so einem gerade geschehenen Mord erstmal eine Bestandsaufnahme machen, gell? Wo liegt was, dass nichts verloren geht? Das ist auch... In Bad Gasein zum Beispiel haben wir wie beim gerade geschehenen Mord auch diese Dinge in unser Archiv verbracht, kleine Sachen abmontiert und sozusagen, so wie man es kennt aus seinen Kriminalfilmen, wo das dann in diese Klassik-Sacker rumkommt. Genau, das Bild habe ich gerade vor Augen. Aber nur mit dem Unterschied zu den Kriminalfilmen wird das bei uns ja dann wieder montiert. Wer weiß, wo noch so ein Straubiger liegt, weißt du? Ja, genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir uns mit diesen... Wir machen zu vielen in unserer Gebäude auch eine Recherche, sozusagen. Es ist meine... Eine meiner Leidenschaften ist auch, an Büchern zu arbeiten, also sozusagen, dass ich auch sehr präzise mache, sozusagen mit einer entsprechenden Tiefe. Ich hasse nichts mehr als Oberflächlichkeit. und also das ist mir sehr wichtig, dass man da wirklich präzise, ohne falsche Bilder auch recherchiert, auch bei den Büchern, aber auch bei den Hotels, wenn man die Vergangenheit... Also sich einfach mal die Puzzleteile alle zusammensucht und wenn man sie dann hat oder denkt, alle gefunden zu haben, dann eben loslegt. Ja, und es gibt von Adolf Loos einen guten Ausspruch. Ich verwandle ihn immer ein bisschen für mich, aber der heißt, weil immer sich die Frage stellt, was darf man umbauen, darf man alte Sachen verändern? Und die Frage hat man sich schon im 19. Mitte des 20. Jahrhunderts gestellt, eigentlich mit dem aufkommenden Denkmalschutzthema. Und Adolf Loos hat dazu gesagt, alles kann man verändern, wenn man weiß, was man verändert. Und mit dem Wissen kommt nämlich automatisch eine Vorsicht. Also sozusagen, dass man weiß, was steckt alles dahinter. Respekt. Mühe, Respekt. Und in Wirklichkeit steckt auch die Nachhaltigkeit. Dass man sagt, mit den Spuren, die Spuren nimmt man als Wert, weil ich kann alles neu machen, nur die Spuren der Vergangenheit kann ich nicht neu machen. Das heißt, so wie mit der Authentizität, Authentizität ist da oder nicht da, die kann ich nicht. Also neue Authentizität, das Wort nehme ich oft in den Mund, weil man kann schon diese Atmosphäre kreieren, eines authentischen Ortes, aber Authentizität per se ist eigentlich immer da. Aber die originale Authentizität sozusagen, die ist dann auch weg, wenn du das Ding wegnimmst. Und das heißt, es ist recht komplex und da trifft sich meine Philosophie auch mit der von Christoph Hoffmann ein bisschen, der ja auch verliebt ist und auch sehr schätzte Materialien, die Spuren aufnehmen kann. Also sozusagen eher die Betonfliese als die bedruckte Steinzeugfliese zum Beispiel. Also Dinge, die sich verwandeln können, die von vornherein schon Spuren haben, die ein bisschen Tiefe und Wärme zeigen und dieses Thema der Spuren zulassen und der Spuren haben. 25 hours hat versucht, früher sozusagen diese Spuren noch stärker reinzubringen, weil die Vintage-Elemente, das ist eine Philosophie, wie man Spuren hereinbringt oder wie man mit diesen Schichten der Vergangenheit umgeht, die eigentlich gar nicht dort waren. Also da holt man sich eine andere Authentizität, nämlich das authentische Möbel herein. Wir beginnen noch ein bisschen früher und intensiver, uns mit dem Haus selbst auseinanderzusetzen, mit dem Gebäude selbst und da gibt es für uns auch keine Grenze. Also nicht, dass ich sage, nur die Spuren des 25. Jahrhunderts oder des 19. oder 18. oder 17. Jahrhunderts sind für uns spannend, sondern das geht herauf bis vorgestern, kann man sagen. Nicht ganz natürlich, weil irgendwann wird die Spur in den Augen aller ja nur mehr ein Schaden. Aber ich würde einmal sagen, ein Jahrzehnt zurück hat die Spur schon einen Wert. Interessant. Und dieses Thema Spuren und Schichten, das verfolgt uns bei allen unseren Projekten, weil wir sagen, in den meisten Fällen, ist meine Erfahrung, wir haben das sicher auch mit den anderen immer wieder was Thema Storytelling und so gesprochen, meine Erfahrung ist die, dass man die Story meistens nicht künstlich erfinden muss, dass sie sozusagen so eine akademische oder verkopfte Idee ist, sondern dass wenn du genug forschst, findet sich meistens die Story. Und ich finde auch manchmal kann die Story, so wie wir es da hier auch gesagt haben, auch ruhig Hotel-Hotel sein. Also das Grand Budapest ist auch nichts anderes, als dass die Teorie Hotel-Hotel ist. Ja, klar. Und das ist bei Hotel auch legitim. Natürlich, wenn jedes Hotel ein Hotel-Hotel ist, dann gibt es wieder keinen Unterschied. Aber wenn alle Hotels verzweifelt, irgendwelche dritten und vierten Stories suchen, dann darf man für manche auch wieder Hotel-Hotel suchen, weil dann ist das wieder unique. Aber meistens ergibt sich die Story, beim Strauvinger, ergibt sich es natürlich durch die alte Geschichte des Strauvinger und da ist es natürlich die Geschichte des Grand Hotels und des Strauvingers, des Strauvinger ganz einfach. Beim Badieschloss ist es ein bisschen anders, weil Badieschloss war ja kein Hotel, das ist das zweite Gebäude. Da ist unsere Story aber auch davon… Dass er jetzt am Ende ein Mehrzimmer hat wahrscheinlich, oder? Genau. Eben aufgrund der Ergänzung. Aber der Altbau hat weniger, aber der Neubau hat ein Mehrzimmer. Aber da ist unsere Story sowohl für den Altbau als auch für den Neubau das Thema Baden. Also wir haben gesagt Badieschloss, wir spielen ein bisschen mit dem Begriff, jetzt abstrakt, aber hat natürlich Baden hat mit Baden zu suchen. Im Monat schon dabei einen Bademeister zu suchen. Genau, eben. Und all diese Terminologie… Oder ein Hoteldirektor mit Bademeister. Ja genau, ein Hoteldirektor im Bademeister-Outfit und über diese Sachen haben wir tatsächlich auch gesprochen und wir spielen ein bisschen metaphorisch auch dort mit dem Thema Baden. Aber auch real, natürlich indem wir sagen, wir drehen die Gedanken in Gedanken oder die Idee des Zimmers ein bisschen um und sagen, das Zimmer hat ein Bad und es hat auch Betten. Also sozusagen nicht es hat Betten und auch das Bad, sondern das Bad steht im Zentrum und dort ist es dann die Badewanne, die praktisch in den verschiedensten Konstellationen auftritt, so wie man oft sagt, wie inszeniere ich das Bett mit dem Betthaupt und mit dem Ausblick und so weiter. So inszenieren wir dort die Badewanne oder die Badekontrolle, Konstellation, sehe ich immer nur die Badewanne in den 25 Zimmern, ist das besonders intensiv, weil die sind relativ groß und da gibt es dann die zwei Badewanne nebeneinander, in denen ich liegen kann und auch fernsehen kann. So viele Sachen, von denen man träumt, die man gerne eigentlich vielleicht zu Hause hält, wo man sich denkt, das mache ich nie, weil für diese fünf Mal in meinem Leben stelle ich mir nicht eine Badewanne mitten ins Wohnzimmer. Aber die fünf Mal im Leben können ja genau dann dort stattfinden und das ist in dem Fall unsere Story. Aber dieses, um zurückzukommen mit einer guten Recherche, ergibt sich das Thema Storytelling meistens von selbst. Und oft ist der Arbeitstitel, der sich aufgrund der Recherche irgendwie einschleift, auch Programm, bleibt dann oft auch fürs Hotel über. Bei Gilbert war es so, dass Gilbert schon da war. Das war die Moodly, die auch interessante Gesprächspartner für dich werden, als Agentur, die uns dann ins Boot geholt haben daher, die hatten schon diesen Namen Gilbert, der ein bisschen mit dem Familiennamen der Eigentümer spielt und Spittelberg auf der einen Seite und Gindl auf der anderen Seite der Name und so. Das ist so ein Anagramm von diesen Namen, die da mit dem Ort auch zu tun haben. Gilbert war schon als Setting da, weil wir sind nie auf diese, es war nie diese Idee, dann sozusagen das so zu personifizieren, dass wir sagen, da gibt es dann den künstlichen Gilbert und der Gilbert schreibt eine Nachricht, die dann am Nachkästchen liegt oder so irgendwas. Da haben wir geschaut, dass wir die Story eben eigentlich aus dem Haus heraus entwickeln haben. Es ist einfach ein Hotel, Hotel mit dem Restaurant. Aber was du vielleicht gesehen hast hier, es fließen da und das ist auch vielleicht typisch für unsere Arbeit, es fließen die unterschiedlichen Funktionen sehr in einem Raum zusammen. Du hast zwar zwei getrennte Eingänge, aber zehn Meter weiter triffst du dich wieder. Du gehst beim Hotel dort rein, hast du eine Rezeption, die aber dadurch ein bisschen auf der Seite ist, aber der große Raum ist Restaurant und Lobby, ein gleichzeitiges Wohnzimmer und so. Das leistet alles und das ist was, was sowohl für die Gäste von innen als auch für die Gäste von außen interessant ist, dieses Hybridisieren der Räume und das ist das, was wir oft machen, auch jetzt im neuen Revo-Konzept in München oder in Kastein wird es auch so sein, dass man immer wieder in München mit sechs und Einheiten glaube ich. Genau. Hast du auch Interior Designer verantwortet? Genau. Gebäudes Helpskampf Club von Delogan hier aus Wien. Gebäudes Helps ist von Delogan DMA. Ist das schwierig manchmal so mit der Außenhülle, dann muss man sich da eigentlich anpassen? Naja, das ist sehr prägnant. Das ist auch eine Auseinandersetzung. Ich finde sie super. Das ist sehr prägnant und ich muss dazu sagen, Roman Delogan ist ein Studienkollege von mir und bin auch mit Elke Delogan Meisel gut befreundet. Ich kenne sie auch seit 30 Jahren. Porsche Museum Stuttgart fällt mir gerade ein. Delogan. Genau, also ich schätze sie sehr und ich habe mit Roman gemeinsam, wir waren ja in unserem Semester nur zwei, die Diplom gemacht haben, Roman Delogan und ich eben und wir schätzen einander sehr oder ich weiß nicht, ob er mich schätze, aber ich nehme an. Aber ich schätze ihn sehr und finde das Gebäude eigentlich super und ist für ihn vielleicht nicht ganz einfach, weil natürlich hätte er auch gerne das Interior gemacht. Er hat, das weiß ich nicht genau, weil er ein Konzept gemacht hat dafür schon, aber das ist oft so, wenn man den Hochbau macht, dass man gerne das Interior macht, ist aber auch oft so, dass das getrennt wird, auch für uns manchmal. Wenn wir Hochbau machen, kommt ein anderer mit dem Interior und so, aber wir sind ja eine sehr rare Kombination, dass wir Hochbau und Interior in Hotellerie sozusagen mit tiefer Expertise machen. Das heißt, bei uns ist das weniger oft, aber es war super, sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen und ich finde, es ist auch der Hochbau ganz toll gelungen, sehr prägnantes Gebäude und dort war die Idee, weil wir von Hybrid vorhin gesprochen haben, dort war die Idee, Arbeiten in einer anderen Form ins Hotel zu bringen. Man fragt sich, was heißt Revo eigentlich? Weil Revo ist ja eigentlich Revolution und Evolution und kombiniert in einem Wort. Komm, ich schenke dir was nach. Ja, bitte, danke. Du redest, ich schenke nach. Jedenfalls dieses der revolutionäre Aspekt dieses Namens, revolutionäre und evolutionäre Aspekt dieses Begriffs Revo ist an uns herangetragen worden mit der Message, es soll einfach ein Gebäude sein, das jetzt eine neue Art von Hotel, also ich meine den operativen Betrieb von das Interior auch, dass das Hotel ein bisschen anders sieht, nämlich auch als Ort des Arbeitens und das war schon alles, das war das ganze Briefing, das wir bekommen haben und wir haben dann eigentlich in einem Quick and Dirty Konzept. Ich meine, er war ja auch eingeschnappt, weil er das in Interior Design nicht machen durfte. Ja, das war nicht von Roman das Briefing, sondern wir haben ja das Briefing von Vienna House. Aber ich habe ganz brav, wie man es so macht, Roman Teller vorher angerufen, habe eingefragt, ob das in Ordnung ist, weil sonst hätte ich da auch noch einmal ein Gespräch mit unseren Auftraggebern geführt. Das macht man unter den Nachdenken, dass man die sich kennen zumindest, dass man das vorher auch abklärt. Jedenfalls war das Briefing Quick and Dirty und unser Konzept war auch Quick and Dirty, wir haben das in zwei Nachmittagen gemacht und wir haben gesagt, wir machen so ähnlich, wie ich das vorhin erzählt habe, das Badezimmer hat auch Betten, haben wir gesagt, das Büro hat auch Betten. Also wir haben das auch dort noch einmal umgedreht und wir haben gesagt, wir bleiben in einer Sprache des Büros und ich darf aber in dem Büro alles machen, was ich sozusagen im echten Büro nicht machen darf. Ich darf im Büro essen, ich darf im Büro schlafen, ich darf im Büro die Füße auf den Tisch legen und so weiter und wir spielen mit diesem natürlich, Cosines ist immer noch groß geschrieben, wir spielen mit diesem mit dieser Grammatik, könnte man sagen oder ein bisschen mit der Metapher, aber es ist mehr als eine Metapher, es ist auch ein bisschen mehr als die Grammatik des Büros, wir spielen eigentlich auch mit der Funktion des Arbeitsplatzes, mit dem transformierten Arbeitsplatz. wie gesagt, wieso darf der Arbeitsplatz eigentlich nicht richtig bequem sein? Das war noch vor Corona, dass das begonnen hat. Der Traum des Homeoffices eigentlich, was wir da machen. Ja, genau, wir haben gesagt, wir übersetzen das Homeoffice und wir haben gesagt, aber das Homeoffice haben wir noch nicht so gekannt. War noch nicht so in der Breite erprobt. Das Homeoffice gab es noch nicht so viel Recherche dazu. Das Homeoffice war eine unbeliebte Kooperationsform für die Unternehmer, sehr unbeliebte Kooperationsform. Also plötzlich verschwinden die Mitarbeiter, sie sind nicht dran, nicht mehr greifbar und so weiter. Und wo sind die eigentlich? Das dann durch Corona natürlich Aktualität erlangte und wir haben aber gesagt, okay, wieso darf ich nicht, wenn ich Business reise und da bin ich temporär, sagen wir zwei, drei, sechs Monate, in München lebe, in diesem Haus lebe, wieso darf die Arbeitssituation nicht, weil ich lebe ja dann deshalb vielleicht dort, weil ich dort untertags auch arbeite und dann ist natürlich mein Alltag nicht vom, a priori nicht von dort leben, sondern von Arbeit bestimmt und wir haben gesagt, dann darf doch Arbeit auch richtig eine bequeme Komponente haben, also cozy Komponente haben und nicht nur bequem, sondern auch gemütlich. und das ist das Konzept von Rebo, dass wir gesagt haben, wir revolutionieren ja nicht das Hotel, das ist die Evo, also die Evolution, aber wir revolutionieren die Form des Arbeitsreisens, also das ist das Re von Rebo und dieses Projekt muss man ganz stark unter diesem Gesichtspunkt auch anschauen, weil sonst, wenn man einfach so von außen drauf schaut und nicht als Arbeiter da hinkommt, versteht man das sonst nicht, das Produkt, also das ist wichtig. Jetzt hast du vorhin den Begriff der Nachhaltigkeit noch eingebracht beim Straubinger, als es auch darum ging, Dinge, die man da vorfindet, vielleicht auch wieder zu verwenden, wieder zu verarbeiten, ist das nachhaltig? Ja, also aber wie weit kannst du da gehen? Was kannst du da noch verwenden? Wie sieht es im ganzen Thema, also rein technisch gesehen, so im Thema Strom, Lichtschalter, z.B. aus? Ja, natürlich technische Dinge, bei technischen Dingen wird es schwierig, weil es gibt neue Normen und wir haben auch das Problem, das ist jetzt auch etwas, was wir im PRS zum Beispiel haben, auch dieses Thema, sagen wir so, für uns, wir machen es ja zum Thema, vom Problem zum Thema, der alten Türen, ich habe Ansprüche an den Brandschutz, Ansprüche an die akustische Qualifikation der Türen, der Zimmertrennwände und so weiter, das heißt, ich kann nicht einfach alles so verwenden, in Dresden haben wir auch einen riesen Palazzo, so wie beim Straubinger, mit lauter hohen Doppeltüren und der erste der erste Einsatz aller von der Investorenseite war natürlich zuerst einmal, die Türen müssen weg, müssen dort neue Türen rein, wie werden die Türen aussehen? Ich habe gesagt, nein, wir behalten uns die Türen trotzdem, wir lassen sie halt offen stehen. Ich glaube da gar nicht, dass es doch ein massiver Kampf ist, dass man das offen stehen lässt, aber ich erspare mir, erstens einmal bleibt dieses Teil im Haus, wenn einmal irgendwann wieder was anderes kommt und ich möchte sozusagen das Haus in Straubinger von 1880 zurückführen, dann habe ich die Türen immer noch da, dann nehme ich die neuen Türen halt von 2022 raus und aber habe wieder das Alte, aber gleichzeitig hilft uns das natürlich auch beim Erzählen der Geschichte, also Teil dieser Schichten und Spuren, von denen ich erzählt habe. Interessant macht man das Gleiche, wir kämpfen da auch sehr für die alten Fenster, das ist, man ist in einer primären Reaktion, ist man natürlich versucht zu sagen, die Fenster sind nachteilig für Klimasituationen und so weiter, aber wir haben, ich habe mit Kollegen eine wirklich für die Gemeinde Wiener sehr vertiefte Studie der alten Wiener Kastenfenster, dann sind sie sehr Doppelfenster, die praktisch einen Luftkasten bilden, gemacht und da gemeinsam mit der TU Graz, also mit Studienerkennnissen aus der TU Graz und so. Genau solche Fenster hat meine Großtante gehabt. Genau, in Wien üblich und die Fenster sind an die 100 bis manchmal 200, 220, die ältesten sind 250 Jahre, oder die ältesten sind eigentlich Barockfenster, sind an die 300 Jahre alt, immer noch funktionstüchtig und wenn man die, so die Erkenntnisse der TU Graz, wenn man die energetische Gesamtbilanz ansieht, spätestens nach 30 Jahren hat das Kastenfenster das neue Fenster überholt, weil die neuen Fenster nicht so lange haltbar sind, nicht vor allem in Altbauten, diesen Übergang durch den Mauerschenkel, die Ketteübergang, wenn es Einfachfenster sind, als Problemzone haben, dann muss ich außen- und Vollwärmenschutz drangeben, dann habe ich weniger Licht, dann muss ich mehr Licht, also weil die Fenster-Propäder viel dicker werden, dann muss ich mehr Licht einschalten und so weiter und das heißt, interessanterweise Gesamtbilanz ist jetzt rein ökologisch gesprochen, über einen Zeitraum, längeren Zeitraum betrachtet, auch besser bei den alten Fenstern und so kämpfen wir für die alten Fenster, auch in diesen Fällen und mittlerweile ist es auch schon angekommen, dass die alten Fenster ja auch wie die Augen des Hauses, sozusagen, Teil dieser Spuren sind und so haben wir beim Straubinger eben und in Dresd kämpfen wir noch dafür, einen guten Teil der alten Fenster erhalten und saniert, also sozusagen, das macht viel von der Stimmung raus, dass ich, weil habe ich dort neue Fenster drin, denke ich mal, okay, wo sind jetzt die Spuren? Ja, ja, klar. Wir machen auch Teile, eben alte, alte Deckenmalerein, nehmen die Decke zum Teil abgeschrappelt, zum Teil alte Spuren an der Decke, wieder sichtbar gemacht, zum Teil einfach dort gelassen und so weiter, also sozusagen, das ist dieses Thema der Schichten, aber wir haben jetzt zum Beispiel das Magdash Hotel gemacht, wo wir einfach auch gemeinsam mit den Leuten von der Caritas, die Betreiber sind, auch ein spannendes Konzept, das Thema Reuse, das ist ja sozusagen auch ein bisschen in der Corporate Identity von Magdash und von der Caritas auch drinsteckt, das Thema Reuse sozusagen in einem noch intensiveren Sinne gemacht haben, also wo man, und ich arbeite auch an anderen Projekten, wo es nicht nur um Reuse geht, sondern wo wir sagen, alle Produkte kommen aus einem eingeschränkten Radius, also wir, unser Arbeitstitel ist Slow Hotel, also so wie Slow Food, das ja auch diese Idee hat, aus einem eingeschränkten Umkreis mit geringem Transport wegen den Nahrungsmitteln, so sage ich eben, sind es die Materialien, beim Hotel einzubringen und sozusagen lokale Materialien, wenig Transportwege, wenig CO2 und so mit Dingen, möglichst vielen Dingen, die ich vor Ort finde, also auch Reuse, sowohl Reuse als auch diese lokalen Komponenten zu arbeiten und der dritte Nachhaltigkeitsaspekt, der für unsere Rolle spielt, ist dieses, ist ein rein gestalterischer Aspekt, wir analysieren, auch im Büro, auch gemeinsam mit dem ganzen Interior Team, machen wir das regelmäßig, analysieren wir, was macht einen Shop oder ein Interieur, es sind vor allem Shops natürlich, die übergeblieben sind, aber auch Gastronomie, Shop, manchmal sind es Hotels auch, zu einem Klassiker und da sind wir bei diesem, anfangs erwähnten, sieben oder zwölf Jahren und so weiter, wenn man in Wien, gibt es ein paar von diesen Klassikern, Adolf Loos zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich, von dem ungewöhnlich viele Dinge übergeblieben sind, da ist die Losbar, da ist der Knische, da ist der Mainz, das Loshaus, sozusagen Architektur und Interiors, Interiors sind übergeblieben, also auch privatere, ein Schachclub da, eine Wohnung dort und so und nicht nur Adolf Loos, es gibt noch ein paar andere, wenn man das konsequent analysiert, kommt man darauf, dass es da ein paar Faktoren gibt, mit denen man sich auch der Mode entziehen kann, oder der Kurzlebigkeit der gestalterischen Kurzlebigkeit entziehen kann, indem man eben sorgfältig trennt zwischen Hardware und Software, ist eines unserer Prinzipien, wo wir sagen, wir machen eine Hardware, die möglichst leistungsfähig ist, die sehr stark aus funktionalen Grundsätzen abgeleitet ist und spektakuläre Dinge, die können natürlich auch in der Hardware sein, also sozusagen, es braucht schon eine Grundansage, es braucht schon eine Identität, es waren bei Adolf Loos immer die Fassade, die war immer sozusagen was Spektakuläres mit dem Stein und so weiter, aber auf der nächsten Ebene, dann dort, wo ich richtig Mode, wo ich spektakuläre Instagram-Ability habe, bin ich auf einer Software-Ebene, die auch relativ leicht ausgetauscht werden kann, das heißt, wenn du dich umschaust, wirst du sehen, wir verwenden relativ wenig Muster, wo man sagt, heute ist das ein lustiges Muster, morgen kann ich es schon nicht mehr sehen, ich denke daran an diese Paradies-Tapeten, wenn sie nicht raffiniert genug sind, diese Bananenblätter-Motive und alles drüber, das hat man dann plötzlich so oft gesehen, dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann, die Paradies-Tapete, als erstes raus, es ist aber noch keine zehn Jahre alt, das heißt, solche Sachen versuchen wir eben durch aufmerksame Recherche und Analyse der Vergangenheit auch mit zu berücksichtigen, um dieses Thema der Nachhaltigkeit auch auf der gestalterischen Ebene einzubringen, starkes Konzept, ohne eine total modische, seit lang war es modisch, überall alle Ecken abzurunden, wir haben auch manchmal die Ecken abgerundet, so wie hinter mir, aber das haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, dass die Schattene natürlich einen unangenehmen Impact hat, aber wir machen es nicht aus einem formalen Kriterium, wir machen es dort, wo es Sinn macht, dass es sozusagen die unendliche Linie hat und nicht die endet und dann der Ecke aufhört, also sozusagen so bei den Tischen oder so, das kann ich um meinen Tisch herum sitzen, wenn er rund ist, aber wenn er eckig ist, kann ich ihn aber dafür besser zusammenschieben, aber wir machen es nicht als formalen, als formalen Corporate Identity geht es so weit, das kann man dann bald nicht mehr sehen und das ist was, was man sehr sorgfältig auch bedenken, bedenken also Reuse, natürlich ökologische Materialien ist auch eine Komponente der Nachhaltigkeit, aber ja. Hätte ich meinen Beruf jetzt noch nicht gefunden, dann würde ich mich vielleicht gerade hier und live zum weiteren Praktikum bei dir im Büro bewerben. Ja, bitte gerne. Sehr spannend und Erich, ich freue mich auch, dass wir uns vielleicht noch ein, zwei, dreimal auch dieses Jahr sehen in Gastein, ich glaube aber auch in Mailand Mitte April beim Hotel Design Award. Demnächst in drei Wochen, oder? In drei Wochen, genau, nicht mehr lange hin, aber das war jetzt schon mal ein guter Auftakt und so viel erfahren über dich, dein Werdegang, in Graz bist du ja geboren und hast glaube ich auch studiert, wo jetzt auch die Studie wieder herkam, zu den Fenstern. Ich hatte, so wie du deine Großtante, hatte ich meine Großmutter in Wien und die ist zu meinen Eltern nach Graz gezogen und ich bin stattdessen nach Wien gezogen und habe dann in Wien fertig studiert. Ich habe in Graz nur den ersten Studien, immer in den ersten Studienabschnitt gemacht, aber da habe ich nur zwei Jahre tatsächlich studiert und bin dann nach Wien und habe eigentlich in Wien studiert. Ich konnte heute Morgen am Gate entscheiden, ob ich nach Wien fliege oder direkt daneben nach Graz. Es ging dann nach Wien. dass du überhaupt fliegen konntest in der Reisesituation. Ganz genau, die war nur gestern so, wie sie war. Erich, Lernhard, ganz lieben Dank, machen wir mal einen Stopp hier und ich freue mich auf alles, was noch kommt und dass wir uns heute mal hier in Ruhe kennenlernen durften. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Du bist herzlich eingeladen einmal zu uns ins Büro. Praktikum machen. Praktikum und mehr. Alles klar. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss.